Jetzt sind Ed, Ed und Eddie an der Reihe. Und danach geht's weiter mit Mein Schulfreund ist ein Affe. Winterzauberwelt auf Sky. Erlebe mit der Familie Feuerstein winterliche Steinzeitabenteuer. Und sei dabei, wenn Tom und Jerry sich mal wieder gegenseitig ärgern. Morgen ab 17 Uhr auf Boomerang. Weit, weit weg im Reich von Uhuhuhu lebten zwei Freunde und Abenteurer namens Finn und Jake. Jake ist Fins bester Freund, eine Bulldogge, die sich in so komisches Zeugs verwandeln kann. Er ist ein stolzer Kämpfer und der Freund eines koreanisch sprechenden Regenbogeneinhorns. Finn, dieser Typ scheint eine harte Nuss zu sein. Weißt du, was ich meine? Adventure Time. Abenteuerzeit mit Finn und Jake. Samstag und Sonntag, 10.35 Uhr. Nur bei Cartoon Network.